So, ich bin mittlerweile hier, habe in der Zwischenzeit selber Kürbis geschnitten, weil ich heute Kürbis-Suppe kochen werde. Und, ähm, ja. So, gucken wir mal, wie gut das hier klappt. Hey, geh auch noch weg. So, schön angreifen. Die Nebel könnte man höchstens dann in dem Zusammenhang verwenden, dass man sagt, ähm, damit ich nicht so viele triggere. So, der hat jetzt, äh, ich wollte gerade sagen, der hat keinen Maler mehr, aber doch, hat er noch, aber wenigstens haltet er sich dadurch nicht. Der ist so ein Mentalist in die Richtung, würde ich sagen. In Form von nicht verwirrende Hypnose, sondern, ähm, ähm, äh, wie heißt's? Mir ist das entfallen. Äh, Schock. Schock. Ich weiß nicht, unter was das Feld, defensiv, offensiv, pff, Mentalist halt nie gespürt und dementsprechend auch, äh, überhaupt nicht mit den Fähigkeiten, äh, mit den Fähigkeiten auseinandergesetzt, welche Kategorien die gehören. Schock. Ach. 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 Amen. So, dann haben wir das. Dann können wir uns nämlich mal hier noch umsehen. Währenddessen kann ich mich ein bisschen heilen. Und hier sind so vereinzelte. Dann haben wir hier nämlich alles. Dann gibt es nämlich nur noch diese eine Stelle dort. Leas Rächer und der Weg hier. Aber das dürfte eigentlich nur so ein Weg sein. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Aber wird sich dann zeigen. Aber wir laden jetzt erstmal hier hin. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. So, da komme ich langsam angetrudelt. So, das ist ein Weg, der mich hier hinführt. Da ist also nichts weiter. Und der Weg hier oben dürfte mich eigentlich zu... Einen zu Leas Rechern führen und zum anderen auch zu Ismariel. Hier sind Leas Rechern und dann dort zu Ismariel. Ja, dann dürften wir vorerst alles haben, sodass wir unser Lager aufschlagen können. Mit meinen Helden mache ich dann hier... Das ist unsicher, wie ich ja schon mehrmals gesagt habe. Ja, genau, das führt zu Ismariel. Dürfte eigentlich nichts weiter sein. Ich meine, das geht auch noch irgendwie so. Genau, dass er im Endeffekt hier ist. Aber ich gucke mal. Nicht, dass hier A noch ein Lager ist. Und B, vielleicht kann ich ja nach unten reingucken. Beziehungsweise hier sieht es auch aus, als würde ein Weg nach unten führen. Wo ich auch noch gucken muss. Inwiefern nicht das stört, ist nämlich dieser Weg hier. Ich kann hier lang gehen. Aber anscheinend geht es auch hier lang. Hier ist doch mal Eisen. Nicht zu wenig. Aber wir dürften genug Eisenquellen eigentlich haben. Und ja. Das nervt mich jetzt. Dass die hier halt noch sind. Und zwei Wege haben, über die sie mich belästigen können. Aber dieser zweite Weg, gut. Der ist ein bisschen aufwendiger. Aber trotzdem. Nervig, alle Wahl. Ich gucke gerade noch, ob hier irgendwas unentdeckt ist. Ne, sieht nicht danach aus. Gut. Dann würde ich nämlich anfangen, die Monumente zu besetzen. Und dann sehen wir uns wieder, sobald... Ich... Also dann haben wir hier auf jeden Fall noch zwei Lager. Israel, dem Osaic-Wächter, die hier. Und Leas Recher. Für die Quest haben wir auch alles erledigt, sodass er bereit wäre. Aber dann geht er halt direkt dorthin. Und das will ich nicht ohne Armee. Nee, 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 nee. Da muss ich noch ein bisschen gedulden, bis er seine Sachen wieder bekommt. Dann können wir nämlich Leas Quest weitermachen. Und danach vielleicht zu Ohrtagen gehen. Da findet uns noch Dämonenblut. Und das vielleicht auch erledigen. Und vor allem auch das mit der Musik. Das ist ja auch eine Nebenquest. Ja. Wir sehen uns heute auf jeden Fall gleich wieder, wenn ich die Monumente in Anspruch genommen habe. Dann werde ich ja schon ein paar Sachen gemacht haben. Und meine Helden habe, damit ich mit denen hier außen herumlaufen kann. Wobei das auch ein schöner Umweg ist. Wird ich wahrscheinlich von hier, der Seite aus starten. Jaja, so der Plan. So. Also die schicken so vereinzelt ein paar Leutchen hier raus. Die aber nicht direkt auf mein Dorf zugehen. Aber gut. Meine Hauptvielku kümmert sich darum. Und mit den Helden, die ewig gebraucht haben, bis sie gekommen sind. Weil, ja, meine Rune-Magie war halt auch nicht so stark, ne? Weil, äh, Elfen und Zwerge produzieren. Aber alles kein Problem. Die Helden schaffen das auch ohne mich. Ich muss nur immer wieder gucken, wo die hier langlaufen. Dann könnte ich vielleicht jetzt mal als nächstes angreifen. Was wünscht die Rune? Halte durch, Männer! Unverzüglich! So. Auf dem Weg! Gehen wir hier weiter und gucken. Dann machen wir das nämlich weg. Und dann werde ich die entsprechend positionieren. Alles klar. Dass die Leute nicht so, ähm, arg ausscheren können. Unverzüglich! Ah! Schick sie zum Seelenfluss! Oh, beherrschen! Schließ die Reihen! Beherrschen klingt so, als könnte ich die entsprechend manipulieren. Aber ich glaube, das geht nicht. Schlagt sie zurück! Gut, steht er da hinten, oder was? Ich glaube, ob er stehen bleiben wird, oder nicht. Wie ist die Reihen? So, die Zwerge bauen Erz ab und auch Steine, damit ich hier entsprechend meine Nahrung produzieren kann. Sonst werde ich mit denen eigentlich nichts weiter großartig machen. Was wollt ihr? Nicht half zur Ehre. Lasst uns anfangen. Ich höre. Buckt in die Hände, Männer! Lasst uns anfangen. Das wird ein Meisterwerk. So, das reicht mir dann auch schon mit denen. Jetzt mache ich nichts weiter. Ich möchte einen Tipp mal drauf, dass die Phantomspille auch erledigt worden ist. Mit denen mache ich hier so ein bisschen Jagd und Bären sammeln. Aber, ja, die Hausfällehütte mache ich noch weg. Obwohl, das hat ja alles drei Platz gefunden. Mache ich vielleicht noch einen Förster dann hin. Gehe ich mir mal ein paar Elfen dazu. Guck da. Jetzt habe ich die Lichtseite. Ich weiß nur nicht, ob ich ein oder zwei Teile Lichtseite brauche. Wenn ich zwei brauche, habe ich schon mal einen. Wenn ich nur einen brauche, dann habe ich es vollständig. Diese Logik, die dahinter steckt, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh Gott. Das ist ja auch sonst nichts Großartiges. Das wäre für mich als Einzelperson keine Herausforderung gewesen und erst recht nicht für meine Helden. Die Rune befiehlt, fünft unterwegs sind. Alles klar. Verstanden. Die Rune befiehlt sofort ausgeschlossen. Haltet durch, Männer. Was wünscht die Rune? Und die kämpfen ja auch automatisch. Die setzen zwar nicht automatisch ihre Fähigkeiten ein, aber solange sie in der Nähe von irgendwas sind, kämpfen die ja automatisch. So, der ist auch erledigt. Ist gut. Sind die soweit erledigt, dann kann ich es entsprechend positionieren an zwei Stellen. Dann werde ich auch mit einer gesplitteten Armee bei denen einfallen. So. Ich glaube, das ist jetzt nur noch der und der, ne? Ah, nee, da ist noch einer dazwischen. Für die Rune. Weil die sind ja absolut kein Problem. Andessen kann das mal weitermachen. Hier, die sind ja beschäftigt. Bauen, bauen, bauen. Genau, das ist ja auch gleich alles fertig. Dann ist meine Nahrungsproduktion nämlich schon mal gesichert, um meine Einheiten zu pushen. Ach, hier was. So. Mal gucken, das habe ich. Das Gebäude ist fertig. Auch nicht, habe ich, habe ich. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Auf der Stelle. Wie ihr wünscht. Zur Stelle. Es ist mir eine Ehre. So. Damit das vorwärts kommt. Stehe bereit. Gut. Ich positioniere einmal hier welche hin. Und zum anderen. Ich denke. Hier oben. Hier wäre es sinnvoll. Verstanden. So, drei. Wird sofort ausgeführt. Drei an jeder Stelle. So. Dann habe ich das nämlich erledigt. Kann jetzt hier in Ruhe die Sachen weitermachen. So, ich denke, dann bin ich soweit. Ich kann bis zu 70 Einheiten haben. Kann aber auch noch auf 80 hoch machen. Ich habe jetzt so bei den Zwergen dann doch ein bisschen mehr gemacht, als ich ursprünglich geplant hatte. Ich habe dann halt doch die ganzen anderen Gebäude auch noch gebaut. Mondsilber habe ich auch. Zwei Mähen. Hier und hier. Ich habe jetzt halt eine kleine Zwergenarmee gemacht. Die wurde sofort ausgeführt. Die hier unten ist. Ich latsche aber nicht mit denen jetzt hier lang wegen denen. Ich habe das ja mit reingeschnitten. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und Fähigkeiten. Ja, ich habe auf die wieder verzichtet, weil wir haben keinen Wald. Die habe ich natürlich geholt. Und die beiden auch. Ich habe hier den Titanen geholt. Und ich habe auch den bei den Zwergen geholt. An Fähigkeiten habe ich das einfach gemacht. Ja, das auch. Und das hier auch. Und das auch. Und habe jetzt so hauptsächlich so fünf von jedem. Beziehungsweise von bestimmten ein paar mehr dann. Und, ähm. Ja, da trudelt gerade der letzte. So rein. Und hier oben habe ich halt meine Elfenarmee. Zu euren Diensten. Da habe ich jetzt fünf, ähm. Hüter. Zehn Wanderer. Zehn, ähm. Dings. Fünf Eismagier. Fünf Heiler. Fünf Druiden. Und halt der Titan. Klar. Upsa. Nur den einen ausgeführt gerade. Da sind sie jetzt alle da. Mit denen werde ich auch erst mal voran laufen. Zu euren Diensten. Und dann habe ich hier halt. Das ist der Titan. Zur Seite. Von den Zwergen. Zur Seite. Und dann halt, ja. Die Irune ruft. Zehn Fernkämpfer. Und dann zehn Heiler. In Anführungsstrichen. Und dann Elite und, ähm. Noch Krieger. So, mit meiner Figur würde ich mal hierher gelaufen. Weil, äh, ich musste ihm ja auch noch die Quest abgeben. Sag ich jetzt mal. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Also hier klatsche ich jetzt erstmal mit denen hier weiter. Die ganze Zeit kamen eigentlich jetzt nur noch von unten irgendwelche Gegner. So. Würde mich nicht beschweren, ne? Sie sind überall. So, dann greifen wir den mal an. Und dann gucken wir mal, dass wir hier oben einfallen. Ins Lager. Vielleicht schaffen wir es auch, die wegzumachen. Mal gucken. Ich habe jedenfalls noch genug Ressourcen, dass ich die, äh, alle entsprechend, äh, wieder auf Vordermatt bringen kann. Beim Produzieren habe ich mir jetzt so gedacht, so fünf Einheiten von denen, äh, die ich sowieso haben möchte. Und dann geguckt, von wem ich da ein bisschen mehr haben möchte als nur fünf. Auf den Weg. Und das Lustige ist ja, als ich meine Heldmonumente eingenommen habe, gab es diese Lichtkegel einfach nicht. Die Diener der Nacht sind hier. So. Wehrt euch, Schwestern. Weiter. Stehe bereit. Alles klar. Feinde, zu den Bögen. Feinde, zu den Bögen. Das schaffen wir schon, da. Wir sind in Gefahr. Warte, 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 alle allein. Ja. Sie kreisen uns ein. Oh. Wir sind in Gefahr. Was auch, wie gesagt, nicht so dramatisch, dass... ...überleben wir hier alles. Feinde, zu den Bögen. Feinde, zu den Bögen. Dann können wir hier, um das Anfall kaputt zu lassen. Wir sind in Gefahr. Was soll ich tun? Es sind zu viele. Ich höre, in Windeseile. Seid auf der Hut. So, was habe ich verloren? Eine Druide, eine Hüterin. Okay. Hüter, Druide. Was wünscht die Rune? Zwei Eismagier. Und eine Heilerin. Ich habe noch 500 Einheiten Nahrung. Stehe bereit. Die Rune wird nie zur Ehre, Aonius. Das hier. Oh, natürlich kommt genau dann noch einer her. Na klar. Zu euren Diensten. Warum sollte es auch anders sein, ne? So, und die würde ich gerne mit den Zwergen eigentlich eliminieren. So, dass ich mit denen jetzt hier wieder hingehe. Und dann mal, äh... Unverzüglich. Mechia. Ich muss mich beschäftigen, damit ich mit denen hier durchlaufen kann, um das andere Lager zu zerstören. Noch 200 Einheiten. Na, muss ich mal gucken. Ich glaube, 80 ist aber das Maximum. Muss ich auch gucken, wen ich da noch alles normale haben möchte, ne? Zu Befehl. Verstanden. Auf dem Weg. Verstanden. So. Wird sofort ausgeführt. Ich weiß jetzt schon. Eismagier wird direkt drauf gehen. Wehrt euch, Schwestern. Doch, Droide, fast tot. Ja, guck mal, was die für Schaden machten. Ist doch der Wahnsinn. Feinde. Zu den Böden. Da werden jetzt einige noch drauf gehen, aber ist nicht so dramatisch. Achso, der Weik kann ja... ...verstanden. ...hier mal durchmarschieren. Die Diener der Nacht sind hier. Ärgerlich wäre es, wenn mein Titan halt drauf gehen würde. Sie kreisen uns ein. Wir sind in Gefahr. Schlagt sie zurück. Ich glaube, der Titan sollte es aushalten. Hoffe ich. Meine ganzen anderen Nahkämpfer sind weg. So gut. Dann haben wir die hier. Dass sie keine Magie mehr haben. Die Ahnen rufen uns... ...zu euren Diensten. Alles klar. Oh, und ein... ...Metalist... ...äh, ein Dingster-Monster ist auch draufgegeben. Zu einem Entschlossen. Und... ...deine Axt auf geht. Krampf mit Christem Streit voraus. So, dann kann ich das nämlich nehmen. Dann ist das hier nämlich auch alles erledigt. Das hier habe ich auch. Dann kann ich da zu Leas Grab gehen. Kann derweil mal... ...der ganzen Flacken setzen. Und zwar dann... ...hier hin. Na, da war ja nichts. Ach, da war noch Eisen oder irgendwie so, ne? So, einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Den hole ich mal. Jetzt muss ich mal gucken. Von da hat jemand sein Leben gelassen. Die lasse ich gerade noch... ...hier. Einfach. Aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass ich das Grab anspreche und dann kommt da irgendwas rausgesprungen. Habt ihr alles gefunden? Joa. Eure Ausrüstung ist komplett. Tiaras Segen sei mit dir, Krieger. Ihr dient einer gerechten Sache. Heute wirst du sterben, Ismail. Das schwöre ich beim Blute meiner Familie. Der sieht so lustig aus. Weil er aufgestiegen ist. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wohin soll ich gehen? Wir gehen ja nach da oben. Schnell wie ein Faul. So zwei Eismark hier hab ich. Sonst hab ich nur von den Nahkämpfern jeweils ein. Gut. Also eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei hab ich ja schon. Drei, vier, fünf. Kurz warten. Derweil kann ich aber eigentlich auch... Nicht mittleres, sondern großartig. Das darf voll machen. Dann nochmal von denen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Produzieren. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Fünf. Fehlen so noch vier Heilerinnen. Da muss ich mal gucken. Vielleicht mach ich noch fünf Füter. Ja, ganz sinnvoll, glaub ich. So. Ach, den hab ich ja auch noch. Das ist ganz schön schnell, muss ich sagen. Das ist echt ganz schön schnell. Na gut, die Armee, die dort oben ist, die begleitet ihr dann auch erstmal. Ganz klar. Zubefehl. Und verzüglich. Alles klar. Verstanden. Weil Isma ist ja nicht alleine, da hat er noch Leute bei sich. Wird sofort ausgeführt. Das ist ein Ende, Totenbeschwörer. Zubefehl. Ja, so schnell. Meine Rache ist nah. Auf dem Weg. Kommt nur. Gleich werdet ihr Bekanntschaft mit dem Tod schließen. Lass sie nur kommen. Ich hab aber gut was aus, bis ich sag. Also nicht berückt. Kommt bereit. Zu bezieh. Verstanden. So. Die machen das. Dann kann ich die eine Heilerin noch holen und schon mal zwei Hüterinnen Auftrag geben. Gucken wir uns das Kampfgefecht hier weiter an. Aber ich kann auch angreifen. Nicht so effektiv wie Hüter, aber okay. So. Okay. 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 So. Da ist er besiegt. Zu Befehl. Zu Befehl. Zu Befehl. Hallo. Bitte. Gut. Ähm. Währenddessen bin ich schon mal hier. Stehe immer schon. Stehe immer schon. So, dass ich mal das Grab mir angucken kann. Eine alte Grabstätte, oder? Da haben sie trägt allerdings das Wappen des Hauses Buir. Ihr habt doch gesagt! Ich werde angegriffen. Stand halten, Männer! Ja gut. Das war jetzt nicht schlimm. Leas Brief für Sean und Leas Schmuckstück. Ja. Vorwärts. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich wieder zu Sean Muir, ne? Auf dem Weg. So. Sie rennt jetzt aber nochmal hier hin. Äh. Ah, die mit an uns glaube ich fehlt noch. Hoffe ich. Keine Ahnung. Stehe bereits. Hier dürfte jetzt eigentlich nicht... Wer ruft mich? Zu allem entschlossen. Also nichts mehr sein. Auf geht's. Gar niemand mehr ist verkehrt, aber... Mit festem Schreit voraus. Mit festem Schreit voraus. Hoffe ich. Endlich wieder kämpfen. Los läuft. Dieser Krieger in sein Verderben. Vorwärts, Zwerge! Wo ist der Feind? Mit festem Schreit voraus. Vorwärts, Zwerge! So, da haben wir hier auf jeden Fall Geist von Hoca nachschieren. Wo geht's? Aber bevor ich da die Hauptquests weiter... Endlich wieder kämpfen. ...bringe. Mit festem Schreit voraus. Seelenfels. Portal zur Gottwahl. Marschieren los. Okay. Marschieren los. Was wünscht die Rune? Verstanden. Es sind zu viele! Oh. Zu Befehl! Auf dem Weg! So. Wo bin ich? Ich bin hier. Genau. Ich möchte Gerda... meine Rache ist vollstreckt. Nun kann ich heimkehren. Den Rest meiner Tage werde ich Tiara preisen für ihre Gerechtigkeit und Güte. Ich wünsche euch viel Glück, Freund. Ich würde ja Oma Mips den Seelenfelsen aktivieren, aber ich habe Angst, wenn ich zu nah an Hoca nachschieren gehe, dass irgendwas ausgelöst wird. Also der Mosaikwächter ist erledigt. Zu euren Diensten. Eine Wanderin ist draufgegangen, genau. So, dann habe ich nur noch die hier. Die kommen auch nochmal hier hin. Hier ist sonst niemand mehr. Ja. Gut. Die müssen jetzt eigentlich... Also eigentlich müssen meine Personen nur hinlatschen. Oh, ich schwöre dieses... Die Rune ruf auf dem Weg. Muss halt ich ja hier... Machen. Stehe bereit. Verstanden. Muss halt ich fest. Dann bin ich auch bald wieder Level up. Ich weiß gar nicht, was für Fähigkeit ich da mache. Das ist jedenfalls nicht. Aber Eismaggie könnte ich eins für ja mal. Dann kann ich Stufe 5 verwenden. Dann habe ich Stufe 5 Sachen. Ja, Stufe 5 Eisschild. Das da. Jo, das können wir machen. Habe ich bereits. Ich habe auch mal die Zeit genutzt und hier die Seite noch frei gemacht. Und das wird auch, glaube ich, nicht so lange halten. Wird sich zeigen. Und bei der Nebenquest muss ich wahrscheinlich dann zu Shan Muir gehen. Bringt Lea... Leas Besitztüber zu Shan und Lea nun. Ja. Habe ich schon gedacht. Stehe bereit. Stehe bereit. Befehl. Vorwärts, Schwester. Hier bin ich der Feind. So. Ich bin da. Kann weitergehen. Die Bodenplatte zieht ein zerbrochenes Steinbild. Der größte Teil des Mosaiks fehlt. So. Dann setzen wir das ein. Aus dem Untergrund. Er tönt entfernt ein Summen. Ah. Schuhe ich das. Das passiert ja alles gar nicht hier. Sachen gibt es. So. Du bleibst jetzt einfach dort, würde ich sagen. Dann gucken wir mal. Die Titanen bleiben wir hier. Nimm mal Fernkämpfer mit. Endlich wieder kämpfen. Vorwärts, Zwerge. Schnell wie ein Pfeil. Das sollte eigentlich... Auf meinen Befehl. Schnell. Denk ich mal reichen, oder? Ja. Zu euren Diensten. Verstanden. Hoffe ich. Warte mal. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ja. Ähm. Nimm noch... Schnell wie ein Pfeil. Wie kann ich denn auf die andere Seite gehen? Ich weiß es nicht. Dort ein paar Heilerhunde haben die sie mitschicken. Aber die kann ich grad nicht auswählen. Hier. Weil... Irgendwie weiß ich nicht wie das geht. Die Ruhne befiehlt. Die Ruhne ruft. Sollte denke ich reichen. Da geht es jetzt hin. Untertitelung des ZDF, 2020